Ja, leider sind wir in die Staufalle gedappt. Na, wie hat es zwar gesagt, Ausfahrt nehmen, aber dann war es zu spät. Ich bin gerade ausgefahren und jetzt haben wir halt ein bisschen Zeit verlust. Naja, wir haben ja Zeit. Das war's. Das war's. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Das war's. 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 Wasser hier. Also nicht einladend. Also wir wollten hier nicht reingehen. Selbst. Selbst direkt am Strand. kann man hier keinen Grund erkennen. Also für mich sieht das eher wie so eine dunkle Brühe aus. Auch der Weg hierher, der geht, hier kommt man rein, etwas mehr als einen Kilometer über unbefestigten Weg. Teilweise schon ziemlich zugewachsen und wenn man nicht weiß, dass hier eigentlich was ist, würde man es wahrscheinlich gar nicht finden. Endlich kommt der erhoffte Regen. Es war wieder heute drückend, heiß und schwül und jetzt kommt so ein kleines Gewitter. Es regnet bereits. Und jetzt hoffen wir, dass dann die Luft etwas besser wird. Guten Morgen hier vom Campingplatz in der Nähe von Schürwitz. Es ist sieben Uhr. Unsere Nachbarn, die hatten bis halb fünf gute Laune. Ja. 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 Musik So, meine Lieben, wir verlassen nun den kleinen Campingplatz in der Nähe von Sivirz oder so. Irgendwie spricht man das zwar anders aus, aber Sivirz wird geschrieben. Eigentlich eine idyllische Lage, ich habe es bestimmt schon mal gesagt. Nur was uns nicht gefallen hat, ist das Wasser im See. Also ich wollte hier nicht mal meine Zehen reintun. Das ist einfach so dunkel, trüb und sieht einfach schmutzig aus. Vielleicht täusche ich mich auch, aber allein schon von der Optik würde ich hier nicht reingehen. Dann die kleine Toilette in so einem Container und Dusche, die kann man eben auch nicht empfehlen. Und auch die Betreiber hier, ich weiß nicht, ob das hier die Mentalität ist, aber nicht mal heute Morgen irgendwie, wie guten Morgen oder wie es auch immer wieder heißt hier in Polen, dass man sich begrüßt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ganz komisch, eigentlich ein toller Platz, aber für uns reicht es jetzt einen Tag. Und naja, und jetzt fahren wir weiter. Es gibt ja ein Lied, das haben wir jetzt aber umgenannt, weil unser Auto heißt ja Leo. Und jetzt können wir singen, Leo, wir fahren nach Lodz. Und jetzt fahren wir nach Lodz. So, wie heute Morgen bereits erwähnt, fahren wir nach Lodz. Es sind jetzt noch rund 90 Kilometer bis dorthin, eine Stunde Fahrzeit. Da es in Lodz offenbar keinen Campingplatz in der näheren Umgebung gibt, haben wir uns über die App Park4night einen Parkplatz ausgesucht. An einem Einkaufszentrum. Dort kann man scheinbar kostenlos parken. Auch die Übernachtung wäre dort möglich. Das schauen wir uns mal an, ob das funktioniert. Wissen wir selbst noch nicht. Ansonsten suchen wir uns eben eine andere Übernachtungsmöglichkeit, einen anderen Parkplatz. Jetzt zunächst fahren wir an einen Parkplatz raus. Da steht dann auch das Zusatzschild Bus-WC. Und da können wir unsere Toilette entsorgen. Ich bin gespannt, ob das jetzt so reibungslos funktioniert. So, das mit der Toilettenentsorgung, das hat hier funktioniert. Auch Grauwasser konnten wir ablassen. Jetzt geht es wieder auf die Autobahn. Untertitelung. You will find a way if you hold on now And remember that the only way is up from here